Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind unterwegs und zwar dieses Mal im Bayerischen Wald. Da haben wir was gefunden und das zeigen wir euch. Mit der Wahl ist dieses Mal der Dommel und der Jens. Ja und dann würde ich sagen gehen wir doch mal durch. Ab geht, ab geht, drei Tage. An der weiteren Location angekommen, ein bisschen verlassenes Feriendorf oder Park oder sonst was in der Richtung. Ja, dann würde ich sagen zeigen wir euch das mal. Krass oder? Absoluter krasser Scheiß, hier haben wir noch lauter Bänke und so. Lampen. Also hier scheint man angefangen worden zu sein zu renovieren oder so, würde ich jetzt mal behaupten. Da vorne war die Tür, da sind wir reingekommen, die war offen. Da haben wir uns sogar noch eine Einrichtung, eine Tür bzw. eine Küche, eine komplette Küche. Hier hinten war so ein, ja würde ich sagen Küche oder so. Komplett krasser Scheiß hier, ne? Auf jeden Fall ist das eine Ferienparkanlage, mitten im Bayerischen Wald, wo komplett verlassen ist. Der Wahnsinn. Hier geht's zu den Klos. Toiletten. Ha, krass. Wenn das nicht so anständig ist, dann viel scheint. Alter. Der andere. Leucht mal rein. Das ist die Darmtoilette. Mega. Und hier war der Babywegelraum. Aber der ist zu. Wieder 10.000 Tote gestorben, Alter. Wahnsinn, guckt euch das an. Also die hier ist wirklich komplett los. Die Fenster sind noch offen. Da hinten. Kannst du hier. Kannst du hier rauf gehen. Da geht's runter. Da geht's runter. Kegelbahn. 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 Das ist die Kegelbahn. Aber wie es ausschaut, hat hier schon mal jemand angefangen zu renovieren. Gehen wir wieder hoch. Ja, schau doch. 23.17.22. Was? War ganz lange das angebaut. Ja. War schon jemand da und hat's besucht. Alter Bösen. Ja, auf jeden Fall. Wie gemeint. Alte, verlassene Pferdian-Anlage. Gehen wir mal durch. Schauen wir mal. Wisst ihr, was ich geil finde? Guckt euch das hier an. Das hier ist Hammer, oder? Das ist noch echte Handwerkskunst. Wahnsinn. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Das ist einer der Räume hier von dem Pferdian-Dorf. Krass. So, dann würde ich sagen, bis gleich. Und krass, guckt euch das an. Das ist eine komplett verlassene Ferienpark. Oder Ferienanlage. Irgendwas in der Richtung auf jeden Fall. Was sagen Sie? Ferien. Es wird Zeit für Ferien. Ferien. Es wird Zeit für Ferien. Wir machen jetzt Urlaub. Wir machen Urlaub. In der... Wie heißt das? Teufel, Teufel irgendwas. Ja, in der Grillspezialität im Restaurant. Aber wie ihr seht, alles schon ziemlich hoch gewachsen. Also ist das schon... Teufelstischstube. Also ist das schon eine Zeit lang verlassen, wie das aussieht hier. Teufelstischstube. Krass, krass, krass. Ja, und hier ist der... Kinderfreizeitpark. Schon krass, oder? Familienfreizeitpark. Familienfreizeitpark. Schon krass, guckt euch das an hier. Steht alles rum. Informationen, wann das ganze verlassen wurde, habe ich leider nicht. Also ich kann es euch echt nicht sagen, Mann. Aber ist schon krass. Schon krass. Wenn euch das so anschaut. Hier. Da ist ein altes Schwimmbad oder sowas ähnliches. Und vor allen Dingen, was halt total krass ist, das müsst ihr euch mal überlegen, Freunde. Es ist halt in Bayern, ne? Es ist verlassen und ist in Bayern. Das ist schon krass. Da hinten ist die Lagerfeuerhütte. Onkel Toms Hütte. Wahnsinn. Hoi. Wo kommst du das? Hoi. Wuuu. Hehehe. 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 Super, uuuuh. Ich hab den Spaß meines Lebens. Gut und los. Alter. Alter, schau mal, gut was, Alter. Dreh dich mal um wie du sagst, Alter. Alter, Alter, da geh mal. Geil, Alter. Mega. Am Schugeln sind wir hier. Gehen wir mal die Kamera. Geil, Alter. Ist das schon. Geiler. Alter, ist das geil. Ist das geil. Ist das geil. Ist das mega. Geiler Scheiß, Alter. Ich hoffe, das ist die neue, Alter. Ja, mal schauen. Ich weiß noch, ob das da oben so... So stabil ist das, was wir hier gerade machen. Ja, ich will das auch nicht. Aber es könnte halten. Wuhu. Ich wollte mich jetzt hochschaukeln. Ich hab den Dingen ganz vertraut an. Aber so kracht es weh. Ja, dann kann es weh tun. So, jetzt machen wir einen. Hier so ein. Der Dumme ist jetzt... Ich schaff das schon. Ich schaff das schon. Ist jetzt Indianer. Ich kann das da und alleine. Alter. Alter. Gleich hab ich es geschafft, Alter. Gleich ist er oben, Alter. Ich bin der König der Welt. Der König der Welt? Oder ein Knast. Ja, das kann man sehen, wenn man will. Ja, auf jeden Fall. Scheiß, der Hund kann Gummiball. Und wenn doch. Zerreißt das Loch. Und das Wasser in der Fall. Ja. Guckt euch das an, Alter. Hier ist ein riesen Schwimmbad. Wirklich ein riesen Schwimmbad. Komplett verlassen, Alter. Der helle Wahnsinn. Umkleidekabine. Das ist echt... Das ist echt crazy, Alter. Guckt euch das an. Das ist ja wirklich total verrückt, oder? Wahnsinn. Wirklich der helle Wahnsinn. Die Damenwohngleiden. Da oben ist jetzt die Ruhezone. Gehen wir doch mal hoch. Gehen wir doch mal hoch in die Ruhezone. Alter, das ist komplett verrückt. Leute, das ist komplett crazy. Guckt euch das an. Wahnsinn, oder? Die Ruhezone. Hier liegen sogar noch alte Schlüssel. Heavy, Alter. Ich bin gemeint, also der Vandalismus hält sich in Grenzen. Aber schaut euch das an, Alter. Das ist komplett verrückt. Wisst ihr, was ich total geil finde? Wir wollen einen Kaffee. Guckt euch das an. Ist ja komplett verrückt. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Unfassbar, oder? Guckt euch das an. Wahnsinn. Krass, oder? Der Computer. Hier ist noch viel Einrichtung eigentlich zu sehen. Krank. Das war die Abzeption. Wahnsinn. Hier ist ein weiterer Raum. Babystuhl. Bassbox. Dann haben wir hier. Alte Holzschnitte rein. Das ist unfassbar. Hier sind noch persönliche Gegenstände, wie zum Beispiel Weihnachtsbüller, Deko und so. Wenn man jetzt in den Raum schwenkt. Guckt euch das an. Krass, oder? Hier. Ein weiterer Spiegel. Kuckuck. Wahnsinn. Ist schon komplett krank. Alter. Da vorne ist die Handtoilette. Da vorne ist die Handtoilette. Umkleiderraum hätte ich jetzt mal gesagt. Aber lasst das mal ruhig wirken. Das ist schon komplett krank, Alter. Das ist mitten in Bayern, Alter. Komplett verlassen. Ich kann mich nur wiederholen, Alter. Das ist unfassbar. Unfassbar. Ja, Mann. Das ist so crazy. Hier ist noch alte Lederstühle. Die finde ich ja mega. Oh. Da haben wir noch was. Guckt mal. Das ist von 98. Schaut euch das hier mal an. Das ist ja krass. Seht ihr das hier? Das ist ja der Hammer. So hat das mal ausgesehen früher. Krank. 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 Fitnessstudio, Vater. Das hier war 99. Da sind sie anscheinend Skifahren gegangen. Absolut krass. Hier, schaut euch das an. Wahnsinn. Hier unten. Ha. Das ist echt krank, Alter. Das ist wirklich der helle Wahnsinn. Ja. Der Jens meint jetzt noch ein Fitnessstudio da. So, hier sind wir jetzt im Saunabereich. Wenn ihr wisst was das ist, schreibt es in die Kommentare. Ich habe keinen Plan, was das da stehen soll. Aber das hier ist jetzt der komplette Saunabereich. Da ist auch noch ein bisschen Einrichtung da. Dusche. Ha. Der menschliche Körper. Das Muskelsystem des Menschen. Hier ist eine Massagematte. Das menschliche Herz. Jetzt gehen wir mal da hoch. Achtung nass. Alter. Ein Fitnessstudio. Das ist ja unfassbar. Ha. Krass. Ein Fitnessstudio, guckt euch das an. Wahnsinn. Hallo. Krass. Das hier oben finde ich ja total krass. Also quasi dieses Wandgemälde, das ist der absolute Hammer. Und hier ist dann das sogenannte Backoffice oder Parkoffice. Nicht Backoffice, sondern Parkoffice. Und da haben die anscheinend hier Schlüssel und Kabinen und was weiß ich was alles. ja letztendlich gemacht. Hier ist noch ein Mini-Katalog. Hier ist noch was von 2016. Geistkopf. Wahnsinn. 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 Ah schau mal. Naopia. Naopia. Untertitelung des ZDF, 2020